Willkommen zu deiner ersten Nachtschicht im Toy Shop! Hallo! Moin! Hallo! Es ist deine Aufgabe als Security sicherzustellen, dass niemand den Ort beraubt. Ganz klassische Security. Wenn du Geräusche hörst, sieh es dir an. Auch Punkt, Punkt, Punkt. Achte darauf, dass der Strom ausgeschaltet bleibt, da viele Probleme verursachen kann. Okay, gut. Wissen wir! Leute, wir sind zurück hier. Lol! Hä, wie siehst du aus? Ich bin halt Aerosolino. Ich bin halt grün im Gesicht. Hä, wie siehst du aus, Junge? Cool, oder? Guck mal, mich an. Ich hab was Falsches gegessen. Sag mal, hörst du das auch eigentlich? Ich bin ein glücklicher Security. Ja, irgendwas. Ich glaub, du hast das im Lager raus. Ich muss den Strom einschalten, um diese Tür zu öffnen. Mir wurde gesagt, dass ich es nicht tun soll, aber ich habe wohl keine Wahl. Es könnte ein Einbrecher sein. Okay. Also anscheinend versucht da jemand reinzukommen. Es darf nur. Oh, hier ist ganz schön dunkel. Es ist ziemlich dunkel hier drin. Ich muss meine Taschenlampe verwenden, um besser sehen zu können. Tipp auf das Taschenlampenwerkzeug, um die Taschenlampe auszurüsten. Alles klar. Natürlich. Okay. Wir haben hier einen Hebel. Oh ja. Hebel. Okay. Ich habe den Strom eingeschaltet. Natürlich. What's going on? Na? Was war das? Es klang, als käme es aus dem Laden. Okay. Oh mein Gott, ich finde ich gruselig. Es wird gruselig, Roman. Gruselig. Oha. Was? Wohin ist Mr. Funny Dummy? Funny Dummy? Oh mein Gott, Junge. Ist es Mr. Funny Dummy? Oh Mann. Mr. Funny Dummy scheint ganz schön verrückt zu sein. Hier sind einfach Fußabdrücke drauf. Oh mein Gott. Was zum Teufel, Junge. Alter. Okay. Guck mal, die Fußabdrücke gehen da hoch sogar. Aber als ob wir hier rein können, weißt du? Das geht nicht. Ist zu. Mr. Funny Dummy ist da irgendwie. Aua. Au. Hä? Obby. Du bist direkt bei der ersten Obby gestorben. Ein richtiger Lars. Okay. Aber es ist eigentlich relativ simpel. Ich mache mal Taschenlampe an, damit wir hier die Obby-Schlobby schaffen. Aber Mr. Funny Dummy, müssen wir am Ende gegen den kämpfen? Ich denke schon, Mann. Ich denke, das wird auf jeden Fall ein heftiger Fight werden. Ich bin gespannt. Oh, Alter. Das hat sich einfach eingeklappt. Das war beim letzten Sprung einfach. Junge Profi. Alter. Komm mit jetzt. Komm mit, Roman. Wir beide sind Mr. Funny Dummy auf der Jagd, mein kleiner grüner Freund. Das sieht so komisch aus. Oh mein Gott. Was ist mit den Lichtern passiert? Ich kann den... Was? Ich kann etwas in der Ferne hören. Okay. Dann mach mal. Ich kann etwas... Warte, warte, Roman. Hey, hey. Oh mein Gott, Lars. Links, 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 links. Was? Er kommt. Oh mein Gott, da ist er. Mr. Funny Dummy. Er ist... Oh mein Gott. Der ist bei mir von rechts gekommen, Mann. Echt? Der ist bei mir von links gekommen. Oh mein Gott, ist der gruselig, Junge. Ja, Mann. Der ist richtig gruselig, Mann. Alter. Der ist ja absolut Horror. Okay. Chill, 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 chill. Chill, 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 chill. Oh mein Gott. Der ist direkt hinter mir. Junge, ich nehm schon Abkürzung. Wie kommt man denn hier aus diesem... Hier, ich hab's. Hier sind Pfeile. Ausgang. Ciao, Mr. Funny Dummy. Oh, ich hab auch Pfeile. Alter, Junge. Können die mal aufhören jetzt? Junge, was geht denn ab, Mann? Was geht denn ab, Junge? Das ist ja absolut creepy. Richtig gruselig, diese Obby. Übelst. Eine gruselige Obby. Also wirklich jetzt for real. For real. Dieser Funny Dummy ist halt absolut krass gruselig. Ich hasse Puppen, Alter. Ich hab voll Angst vor... Ich hab wirklich voll Angst vor Puppen. Du auch? Puppen. Leute, schreibt mal in die Kommentare... Äh, wirklich? Nee. Nein. Ich hab eigentlich Angst vor gar nichts, außer vor dir. Oh. Oh, 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 oh. Okay, das hier wird so Squid Game Fake, sagst du? Pass bitte auf. Rotes Licht, grünes Licht. Ist das Licht? Rotes Licht, grünes Licht. Was? Ist das ein rotes Licht, grünes Licht Spiel? Okay. Versuchen wir es. Oh mein Gott, Alter. Grün. Rot. Grün. Alter. Okay. Weißt du, was ich nice finde? Die machen das jetzt öfters in den Obbys, dass es... Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ey, wenn du stürmst, dann kriegst du so einen heftigen Jumpscare, Mann. Ehrlich? Ja, Mann. Nein, 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 ich hab Angst, ich will den nicht haben. Alter, der ist wirklich krass, Mann. Ich bleib stehen. Ich hab, Alter, ich hab... Komm, traust du dich nicht, oder was? Traust du dich nicht? Nein, ich hab's, okay. Okay. Boah, Junge, Alter, der ist übertrieben gruselig, Mann. Oh, ey, du fliegst bei mir grad einfach nur so rum. Oh, nice. Laser. Laser attack. Laser attack. Guck mal, man kann einfach drunter durchlaufen. Wee, laser attack. Laser. Fahr mal nach oben, mein Freund, mein kleiner grüner Freund. Oh. Cool. Ey, man kann sich hier drinnen verstecken. Stell dich mal hier so in diese Kiste rein. Licht. 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 Kein Licht. Hallo, ist hier Mr. Funny Dummy? Der beste Freund von Hagiwagi? Jörg, ich sag's dir. Diese Narben werden auch immer dümmer. Sieht aus wie ein Überlebensspiel. Ich muss mit dem riesigen Roboter ausweichen, indem ich auf diese Blöcke klettere. Okay. Das kriegen wir doch hin. Bitte warten. Bitte warten. 9. Krass, Mann. 8. Guck mal, der steht da sogar. 6. Alter, das ist krass. Wo ist er? Da, guck mal wieder. Oha, was? Wie cool. Okay. Okay, es geht los. Wie hoch müssen wir denn? Das ist die Frage. Guck mal. Ach, du Heiliger. Da ist er. Du bist runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der macht die kaputt. Der ist doch auch gemein. Junge. Oha. Nein, der macht den Turm kaputt, auf dem ich stehe. Hilfe. Junge, Alter. Ich muss aber nur 17 Sekunden überleben. Alter, ist der aggressiv. Junge, der ist hinter mir. Hä, ist voll geil gemacht. Alter, er hat mich. Lars, der hat mich. Ich lebe noch. Yo. Ich bin Pro-Gamer. Oh, doch nicht. Oh, ich habe überlebt. Nice. Easy going, Alter. Wow. Oh mein Gott. Alter, soll ich auf dich warten? Ich sehe dich da rumlaufen. Nee, ich kann schon mal weitergehen. Ich gehe schon mal weiter. Leute, nice. Das war krass. Okay. Okay, okay. Wo geht es hier lang? Wo geht es hier lang? Oh, hier müssen wir jetzt... Oh, ich habe mich einfach hingesetzt. Okay. Ich bleibe hier einfach sitzen. Ich bin ein glücklicher Security, der hier einfach rumsitzt. Ich gehe mal nach hier unten. Hä? Wieso falle ich denn jetzt nicht mehr hin? Oh Mann, ich glaube, das ist nicht richtig so. Von diesem riesigen Monster, dass der so... Hä? Das ist ja komplett nicht richtig. Oh, toll. Jetzt musste ich den ganzen Weg so runterlaufen. Okay, hier ist ein Knopf. Wollen wir den auslösen? Ich würde sagen, ja. Licht an. Oh nein, ich weiß schon ganz genau, was jetzt auf mich zukommen wird. Ich will nicht. Oh Mann, ich weiß jetzt ganz genau, was passiert. Da wird jetzt gleich hinter mir einfach auftauchen. Der Mr. Funny Dummy. Mr. Funny Dummy. Oh, da ist ein Ausgang. Okay, aber so wie es aussieht... So wie es aussieht, ist doch keiner hier. Okay. Hä? Das ist aber viel zu leicht. Es ist einfach viel zu... Oh! Mann! Alter! Junge, ich sage dir, diese Spiele werden immer schlimmer, Mann. Die werden immer schlimmer. Immer gruseliger. Ich habe Angst. Wo bist du eigentlich? Hast du es geschafft? Hast du es geschafft? Der greift mich gerade von vorne an. Der kommt ja direkt von vorne auf einen zu, gell? Oh, was ist das hier, Mann? Hier muss ich Dings. Hier muss ich mit so einem Gabelstapler fahren. Okay, ready? Hat er dich schon mal erwischt, der Mr. Funny Dummy? Nee, nein. Tatsächlich noch nicht. Woo! Alter! Übelziehen. Dings hier. Wow! Okay. Mr. Funny Dummy. Ey, du musst hier gleich bei der Hobby einfach mit so einem Gabelstapler cruisen. Bist du eigentlich nach rechts gelaufen, als der dich entdeckt hat? Boing. Äh, keine Ahnung, Mann. Ich bin hier gerade am Gabelstapler cruisen. Ich mache hier Tokyo Drift über so Lava. Wow! Junge! Oh mein Gott, Alter. Let's go. Mr. Funny Dummy, bitte locken Sie mich in Ruhe. Bitte locken Sie mich in Ruhe. Oh, Junge! Oh mein Gott! Alter, diese Obby ist so crazy, Mann. Was geht denn ab? So, einmal bitte aussteigen. Es ist einfach so despawn. Mein... Wo ist mein Auto? Ich meine, mein Gabelstapler. Er ist einfach verschwunden. Oh Mann. Wing, wing, wing. Warum auch immer... Ich gehe einfach schon weiter. Mach doch einfach... Mach doch einfach Skip Stage. Nee, ich habe dich ja gleich schon eingeholt. Ich bin schneller als du. Hä? Spaßspiel. Spaßspiel? Eine gelbe Pfeile. Ich frage mich, wohin sie führt. Okay. Eine gelbe Pfeile. Gehen wir mal hier rein, oder? Was? Oh mein Gott, was? Wie cool ist das denn, Junge? Es ist einfach 2D. Oha! Was? Was? Da ist einfach Mr... Tot. Oh nein! Alter, es ist einfach Mr. Funny Dummy. Loll, was ist das für ein Spiel? Hä? Wie cool ist diese Obby bitte gemacht? Die ist schon echt cool gemacht. Die ist sehr, 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 sehr stark. Also zu Recht auf jeden Fall einer. 10 von 10. Alter, da ist er, Mr. Funny Dummy. Mr. Funny Dummy. Oh oh. Stopp. Oh oh. Ist echt so. Oh oh. Oh mein Gott. Hä? Aber warum werde ich denn erwischt von dem? Muss ich diese Bombe aktivieren? Ich glaube schon, Mann. Ich glaube, das ist nämlich der 2D-Boss-Kampf. Ja, ich habe die Bombe aktiviert. Bist du schon im Sparspiel? Ja, ja, ja. Sparspiel 4. Ich habe auch die Bombe aktiviert. Ich habe dich jetzt sogar schon überholt. Ja, ich wusste nicht, ob ich die Bombe aktivieren soll. Okay, da habe ich ihn weggemacht. Ey! Äh, was? Oha. 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 Bombe, 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 Bombe. Oh. Alter. Junge. Super Mario. Junge. Alter, das ist so schwer, gell? Mit Verfolgungsjagd. Ich schwere es dir. Ist du jetzt bei mir? Ich bin da. Gelbe Röhre. Ich bin drin. Boah, Junge. Alter. Alter. Dieser Ort war verrückt. Wo war ich? Viel mehr von diesem Albtraum bleibt übrig. Keine Ahnung, was das für ein deutscher Satz war. Ey, aber ich glaube, wir müssen hier hoch, Mann. Komm mal mit, mein kleiner grüner Kackdusfreund. Ist ja ein ganz schön großer Einkaufsladen, ne? Oh mein Gott, Junge. Fall da bloß nicht runter. So. Machst du Abkürzung? Abkürzung. Nee. Hat nicht funktioniert. Ich habe später die Abkürzung gemacht. Die hat funktioniert. Nein, ich muss schon wieder komplett laufen. Oh mein Gott. Wow. Nice. Was ist das denn? Junge. Hui. Junge, was ist das? Das ist krass, Mann. Pass auf, mein Freund. Mr. Funny Dummy liegt hier ein bisschen rum. Er schläft. Er war müde. Oh mein Gott. Ach du heilige. Ja, Mann. Ach du heiliger. Bim Bam. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Was zum Teufel. Das ist so richtig. Das ist voll abgefahren, gell. Ich bin da auch reingelaufen. Ich habe mich auch voll erschrocken. Oh mein Gott. Der Eis, Junge. Ey, ich habe den noch nicht mal berührt. Ich habe den nicht mal berührt, Junge. Oh. Digger. What's happening? Alter. Das ist ja. Boah. Boah, Alter. Ich sage dir, das ist komplett krank. Oh, guck mal. Hier kann man sich. Was ist das? Alter, das ist voll krass. Okay. Siehe nach den fallenden Plattformen. Okay. Ich muss die fallenden Plattformen meiden. Schnell rüber. Das ist einfach wie bei Fall Guys. Hoffentlich schau dir das. Okay. Hä? Muss aber nur draufbleiben. Piu. Voll nice. Das sieht einfach aus wie bei Fall Guys hier einfach. Oha. Oha, Junge. Oha. Überleben. Überleben Instinkt. Oh. Ich glaube, ich würde es sogar nicht mehr bleiben. Oh oh. Oh oh. Du bist am Arsch, glaube ich. Nein. Wir haben es beide geschafft. Ich habe es. Nice. Let's go, Alter. Aber ich glaube, das hätte auch einfach nicht mehr funktioniert jetzt. Ja. Du bist nämlich auf dem letzten Gefäß, Mann. Wenn das weggegangen wäre, wäre alles... Absolut. Hä, was ist das hier jetzt schon wieder, Junge? Einfach so ein Zug, oder was? Ist das hier Poppy Playtime, oder was geht hier ab? Bist du auch drinnen? Guck mal, wie schnell ich meine Taschenlampe ziehen kann. Kann ich da jetzt eigentlich mitfahren? Weil ich sitze hier nicht im Sitz drinnen. Oh, Junge. Oh, Junge. Roman, halt dich fest. Diese Security. Das sieht so wack aus, wirklich. Ich muss auf dem Zugrad draufbleiben, weil ich keinen Sitz habe. Guck mal, ich mache hier ein bisschen von außen. Du sitzt ja immerhin drin. Tschut, tschut. Oh, ich darf nicht rausfliegen. Ich darf nicht rausfliegen. Oh, Junge. Oha. Oha, Junge. Alter. Alter, was geht denn ab, Mann? Abgefahren. Ich bin kurz ausgestiegen. Junge, hast du gesehen? Ich bin einfach so ganz gemütlich ausgestiegen. Alter, das ist schon eine krasse Obby hier. Übelst heftig, Mann. Yo, Alter. Guck dir das mal an. Na, das ist zu krass. Du musst dir diese Basuka jetzt kaufen. Ja, genau, Digga. Was ist das denn? Ich kaufe mir jetzt diese Panzerfaust. Pamm, Junge. Jetzt wird erst mal die Panzerfaust gekoppt. Möchtest du die Basuka aufwerten mit 10er Feuer? Hast du das geholt? Ich habe mir aufgewertet, ja. Aber ich habe gar keine Basuka. Wo ist die? Doch, die kriegt man hier unten wahrscheinlich. Okay, let's go, Mann. Digga. Du musst auf die Beine schießen. Ja. Kämpfen wir gerade gegen denselben? Keine Ahnung. Wie viel kostet das, äh, 10er Feuer? Ah, man kann, man kann die ganze Zeit befeuern. Okay, ein Fuß. Ja, ja, ja. Treff doch! Zweiter Fuß. Okay. Mit dieser 10-fachen Feuerrate ist das schon leichter. Wow. Junge, du kannst einfach draufballern wie so ein Bekloppte. Babababababababababab. Wuhu! Aber irgendwie geht da das Leben manchmal nicht runter. Ja, da passiert gar nichts. Pass auf, da ist lila. Du darfst auch nicht ins lilane gehen. Okay, was ist das hier? Ausgang. Wow. Als ob, Junge. Einfach schon geschafft. Crazy. Wo bin ich hier? Du gewinnst! Wo bin ich? Ich will hier auch mal in so einer Obby einfach verewigt werden, weißt du? Ich will auch mal hier verewigt werden. Naja, Leute, das war's auf jeden Fall. War crazy. Mr. Fani Dami ist besiegt. Wir sehen uns morgen wieder. Hau da rein. Tschüss!